Heute fahren wir den Pirelli Diablo Rosso 3 auf der Duke ein. Ich habe ihn jetzt umgeschnallt. Ich möchte euch hier direkt meine ersten Eindrücke, die ich jetzt schon gemacht habe, ich bin jetzt keine Ahnung, schon 100 km damit gefahren, halt so normal herumgegurkt, erzählen. Und dann machen wir ein bisschen ein Reifentestvideo sozusagen. Also ich werde ihn einfahren und das reicht eigentlich meistens schon, um den Reifen ganz gut einschätzen zu können. Es ist so, er hat sehr ähnliche, er erinnert mich an den Power RS, den ich mal gefahren bin. Mit dem Reifen bin ich am öftesten auf der Fresse gegen, ich weiß nicht, ob es dem Reifen gegen ist oder nur an meiner Fahrweise, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gern gehabt, den Power RS von Michelin, muss ich sagen, den gibt es aber auch gar nicht mehr für die Dimensionen. Jedenfalls ist es so, dass er erstes Einlenkverhalten sehr, sehr ruhig ist quasi, also sehr stabil, gerade läuft. Und dann, nachdem er, danke, nachdem er ein Stück liegt, hat er die Tendenz, dass er liegen bleiben mag. Das heißt, der Reifen ist oben ziemlich rund und plötzlich geht er ziemlich steile Flanke und die Flanke ist dann aber auch ziemlich gerade, das heißt, wenn er ganz schräg liegt, hat dann sehr viel Auflagefläche. Auf Instagram habe ich einiges zu dem Reifen gepostet, wie ich ihn heute bekommen habe und aufgezogen, weil ich fand es sehr beeindruckend, wie der nicht aufgezogen ist, ist das Ding ein LKW-Reifen. Es ist einfach so flach und sieht extrem breit aus, aber wenn man ihn aufbläst, wenn man ihn mehr Druck gibt vor allem, dann wieder macht er mehr Beule und zwar krass mehr. Ich habe das noch nie, gut zu wissen, ich habe das noch nie beobachtet bei Reifen, aber bei dem habe ich das beobachtet, wenn man ihn aufbläst, wird er viel runder. Das heißt, ich habe ihm jetzt vorne mehr Druck gegeben als hinten, nämlich hinten habe ich 1,9 Baier, vorne 2,5, was ich normalerweise nicht mache. Normalerweise gebe ich vorne weniger hinten mehr, nämlich nur dazu, dass er vorne runder ist und quasi hinten früh auf Kante geht und vorne nicht, weil ich habe bei der Duke bei diesen Dimensionen immer ein bisschen die Troubles, dass er vorne hinten und vorne gleichzeitig auf Kante geht. Ich hoffe, dass ich das damit behoben habe. Es ist jedenfalls so, eben bis zu dieser Schläge, wo ich gerade fahre, ist es so ganz neutral und dann hat er ein bisschen so die Tendenz, dass er sogar in die Kurve rein will und dann ein bisschen liegen bleiben. Das ist aber jetzt halt vor allem für die Duke relevant, weil jeder Reifen ist auf anderen Dimensionen ein bisschen anders vom Feeling und vor allem ein anderes Fahrwerk, aber für die Duke jetzt halt mal. Das heißt, das fühlt sich sehr, sehr schön an. Ich finde, er ist optisch sehr schön, das schauen wir uns aber nach an. Und bei dem Reifen war auch noch eine Sache, bevor ich jetzt zum Fahren wirklich gehe konkret, eine Sache sehr markant, nämlich war die Einfahrphase, die haben ja immer so eine Trennschicht, Silikon um, vom, wie sagt man, Reifenspritzen sozusagen. Und die, die war hartnäckig, also die ist nicht so schnell runter, aber dafür hat er sich auch dann ganz gut einfallen lassen. Ich bin jetzt noch nicht auf Kante gefahren oder irgendwas, aber schon ganz ordentlich schräg mit, weiß nicht, so 30 Grad, was sich ja im Winter oder jetzt Anfang Frühling, jetzt ist Frühling heute offiziell, ziemlich schräg anfühlt. Natürlich fährt sich der auch am Hinterrad schön, das machen wir jetzt aber nicht, weil es einfach, weil wir es eh wissen, ähm, genau. Und er ist ziemlich stabil so und wir schauen uns dann Reifen jetzt ein bisschen an. Wie gesagt, das sind jetzt so die ersten Kurven, die ich mit dem ein bisschen mehr schräger pressen kann. Und ich habe vorher auch eine Kurve gehabt, das habe ich eigentlich gefilmt, wo er so ein bisschen zappelig war, weil natürlich ist es dann so, wenn du auf die unbefahrene Fläche fährst, rutscht er ein bisschen und dann grippt er wieder, weil er quasi zur befahrenen Fläche zurückrutscht, ja. Und das ist ein sehr angenehmes Einfahrverhalten gewesen, sonst, ja, er legt sich schön, er fährt sich sehr. Also, was ich gerade beschrieben habe, dieses, wie er sich legt, vorhin, also dass er sehr stabil ist, gerade außen, sobald man ein bisschen mehr einlenkt, dass er sich ein bisschen hinlegen möchte, das ist so normales, also die Tendenz, die die meisten modernen Sportreifen haben, das ist mir schon aufgefallen, aber bei dem ist die Tendenz, dass er so ein bisschen in die Kurve reinkippen mag, ein bisschen mehr Schräger, sehr auffällig, also das muss man schon sagen, ich werde jetzt den Reifen mal herzeigen von außen und dann fahren wir ihn tatsächlich ein und jetzt ein bisschen was am Bike dazu erklären. So, machen wir das mal aus. Und kurz für alle Leute, die die Videos regelmäßig schauen, nicht zum ersten Mal im Kanal sind, Einlass-Knockenwelle wird jetzt auch bald ersetzt, ich hörte schon rasseln, aber Pickschmutz, egal, ist so. Also, wie ihr seht, wir sind da jetzt hier in etwa, hier, ich habe auch Temperaturmessgerät mitgenommen, dass ich euch das zeigen kann, weil viele, das ist das erste Finstere, ja, ja, der Pirelli, also alle, viele halt, ja, der Pirelli, der Pirelli, der braucht Temperatur, der braucht Temperatur. Ich sage, naja, schauen wir mal, ich schätze mal, dass man den Winter auch toll fahren kann oder im Winter, wenn es nicht super heiß ist. Er hat jetzt auch kein Problem gemacht, aber sie sehen, wir haben noch so einen schönen Angststreifen außen und den werden wir jetzt entfernen, in Ruhe natürlich, nicht mit Gewalt. Ja, die Form, ich meine, auf der GoPro ist alles Weitwinkel und so, aber ich finde, die Form und die Zacken sind, also die, quasi die Wasserriellen sind sehr schön und es schaut einfach so richtig aus wie so ein Supersportreifen und eben außen die Flanke wird sehr flach, also ihr müsst euch das so vorstellen, rund, rund und außen geht er dann so runter und oben ist einfach so rund, ja, rund wie ein Leifen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, und wenn man ihm eben mehr Druck gibt, dann macht er mehr eine Beule und wenn man weniger Druck gibt, geht er generell mehr auseinander. Deswegen habe ich ihm vorne mehr Druck gegeben, dass er vorne nicht so schnell auf Kante ist. Damit habe ich ein bisschen Safety, dass er hinten früher rutscht. Ich probiere das jetzt einfach mal, ich muss mich ein bisschen experimentieren. Aber bis jetzt hat er sich solide angefühlt und wir werden die Duke jetzt, wir werden das Ding jetzt einfahren. Vorher mache ich nur kurz Temperaturmessung von der Straße und vom Reifen jetzt gerade. Nur, dass er ein bisschen Orientierung hat, wo wir da fahren, wie viel Temperatur das hat. Und ja, weil da halt viele gerne jammern wegen Temperaturen. Die meisten guten Reifen, die nicht nur für Slicks und irgendein spezielles Temperaturfenster gemacht sind, sondern eben normale gute Straßenreifen, halten auch bei 10 Grad wirklich Bombe. Meine Erfahrung, aber es gibt natürlich schon Ausnahmen. Deswegen checkt man das jetzt. Also, der Reifen selber hat, naja, stabile 23 Grad. Nicht schlecht, in der Mitte vielleicht ein bisschen mehr. 31, also das dürfte nicht nur von der Sonne sein, weil so lang sind wir jetzt noch nicht da. Ich warte kurz, bis der Verkehr weg ist. Und vorne haben wir 26, auch 30, 31. Also ein bisschen was macht sicher die Sonne, die jetzt 5 Minuten nachher gescheint hat. Schau, das ist Ehrenverhalten. Wenn einer in der LKW am Arsch geht, lässt man einfach vorfahren. So, also, das war ja die Temperatur vom Reifen. Die Straße, ja, stabile 4 Grad, wie ihr seht's. Also, der Reifen hat nicht mehr Straßentemperatur und es hat draußen 15 Grad, glaube ich. Aber legit, 4 Grad war dann ersetzt. Okay, arg. Also, wir fahren bei 4 Grad Straßentemperatur, was ziemlich kalt ist, würden die meisten sagen. Aber es ist heute nicht gefühlt kalt. Der Reifen hat 30 Grad. Ich habe im Sommer schon Videos gemacht, da haben wir eine Reifen auch nie über 45 Grad bekommen. Also, so, soviel zum Thema. Jetzt fahren wir aber. Genau, also warm ist es nicht. Kalt ist es aber auch nicht wirklich. Es ist ein schönes Märztag, wo ein Reifen halt schon picken sollte. Vielleicht hat er im Sommer ein bisschen besseres Verhalten, ein bisschen anderes. Aber ich bin heuer auch noch nie am Knie gefahren. Ich weiß nicht, ob das heute hinhauen wird mit dem Reifen. Soll jetzt aber nicht so wirklich das Ziel sein, sondern einfach, dass er schön runtergefahren ist. Und dass er hinhaut. Deswegen, okay, ich werde mich jetzt einfach rantasten. Vielleicht werde ich da ein paar Sachen zusammenschneiden, dass ihr nämlich nicht ewig beim rantasten zuschauen müsst, wo man eh nichts besonders im Video erkennt. Aber ich fahre jetzt einfach mal. Ich bin halt jetzt natürlich, provoziere ich das bisschen, indem ich beim Ausgang das Ding ein bisschen mehr einlenke. Und gleichzeitig immer super alert. Ich bin halt super, wie sagt man, erwachsam, ob da jetzt was passiert, ob das rutscht. Und immer ready fürs Einlenken, dass ich das Ding wieder aufrichte. Quasi so in der Rechtskurve, in der Linkskurve. Ah, das ist eigentlich ein ganz gutes Rutscher-Tutorial jetzt. Also Vorderradrutscher, ja. Also Hinterradrutschen, das kann eh jeder ausgleichen. Wenn man quasi links liegt, du musst immer bereit sein, dass du den Lenker dies machst. Dass du diesen Impuls gibst zum Aufstellen. Weil sobald das Vorderrad rutscht oder ein Anzeichen gibt, muss man eben diesen Ausgleich geben, aufrichten. Und das kann man nur machen, indem man die Ellbögen locker hat, ein bisschen nach vorne gelenkt hat und überhaupt die Möglichkeit hat zu lenken. Wenn man so oben sitzt und nicht gescheit lenken kann, hat man kein Gefühl für die Sache. Aber egal, so gehe ich das mit dem Einfahren an. Das heißt, man fährt schräg und immer ein bisschen schräger und schaut sachte, 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 sachte. Immer ein bisschen mehr, ob der Reifen eine Andeutung macht. Und so schnell man gar nicht schauen kann, ist man schon auf der Kante. Also, so. Wir fahren jetzt natürlich ein bisschen off-up, was wir generell nicht so machen wollen. Aber, also heuer überhaupt ein bisschen weniger. Aber jetzt geht's los. Für dasselbe auch nicht zu schnell anfangen, die Kurve lieber raus beschleunigen und dann ein bisschen schräger werden. Und dann natürlich drücke ich den Reifen im Ausgang ein bisschen, wo ich mir denke, aha, jetzt haben wir, ja genau, jetzt zum Beispiel hat er das ein bisschen so zappelig gemacht. So hat das ein bisschen angefühlt. War, weil eben die Schicht abgefahren wurde. Das fühlt man richtig. Also, es fühlt sich gut an bei dem Gummi. Und dann gehe ich natürlich mit dem Oberkörper ein bisschen rauf und drücke das Motorrad ein bisschen mehr rein. Nur damit er eben auf Kante abgefahren wird schön. Ohne, dass ich jetzt schon extrem Kurvenspeed habe. Und ich mache jetzt auch gar keinen Ass auf oder irgendwas, irgendein Hang-Auf fahren oder so. Das hat sich jetzt schon alles ziemlich schräg angefühlt, aber vorne zumindest ist er noch nicht auf Kante. Das sieht man schon während der Fahrt. Also ich sehe es auf der GoPro, glaube ich, sieht man es nicht. Aber er fühlt sich nicht schlecht an. ABS regelt auch nirgendwo beim Bremsen. Das ist auch immer ein ganz gutes Indiz, ob der Reifen grippt. Ich meine, wenn das ABS mal regelt, dann muss schon was passiert sein. Also da ist man dann schon echt schräg. Aber so er vermittelt, finde ich, Sicherheit. Ich habe natürlich jetzt keine Grenzbereichsachen gemacht, wo er dann wirklich rutschen anfängt, ohne diese Schicht abzufahren. Also wo die Schicht schon abgefahren wäre. Aber es fühlt sich toll an beim Einfahren. Und ich mag das Einlenkverhalten. Also das ist, was die Reifen vor allem unterscheidet. Einerseits der Grip, der aber nicht zu krass, weil ich immer sage, die ganzen teuren Reifen sind wirklich gut. Aber was ihn mehr unterscheidet, ist eher, wie fühlt es sich an beim Einlenken. Wie ist das, wenn man abbiegt, wenn man langsam abbiegt, auf welchem Fahrwerk. Es ist ja auch immer ein bisschen anders. Da haben wir dann keinen Wheelie. Keinen Wheelie habe ich gerade gemacht. Okay, ja, ja, ja. Da hat er jetzt auch wieder ein bisschen so, nicht direkt geschmiert, aber man hat gespürt, dass er ein bisschen was macht. Aber ich glaube, dass das jetzt auch schon so eine noch Trennschicht war. Ja, aber es ist sympathisch. Wie gesagt, ihr werdet das eh sehen, wie ich den Reifen die Saison fahre. Dann kann es natürlich ein gutes Bild machen. Aber der erste Eindruck ist, macht ein gutes Gesicht. Man muss natürlich sagen, dass die Duke im Vergleich zu anderen Motorrädern keinen Drehmoment hat, wo man den Reifen beim Rausbeschleunigen beurteilen könnte. Also andere Motorräder kann man ja direkt sagen, right off the bat. Ja, der ist toll, weil meine Super Duke hat 700 Newtonmeter am Hinterrad. Und sobald ich aus Gas gehe, pickt der Super oder er smellet sich gut an. Aber das kann ich natürlich nicht machen. Ich kann nur vor dem Verhalten und so reden. Hallo. Und das ist nett. Jetzt bin ich rechts nochmal über den Grenzbereich gefahren. Das sind Sachen, die können Sie auf keinen Fall sehen, weil so dezente Impulse sind am Lenker. Die kann man im Video, glaube ich, nur, also im Video sieht man die krassen Sachen sogar, leider nur sehr leicht. Aber es war definitiv jetzt auch wieder ein bisschen Brennschicht noch dabei. Also ich glaube, jetzt sind wir dann langsam auf Kante. Jetzt habe ich ihn gerade eben noch etwas schräg angebremst sogar. Das ist, was ich eigentlich erst mache, wenn ich mich mit dem Reifen sehr wohl fühle. Aber das zeigt auch gerne, wie die Aufstelltendenz ist. Das können wir dann da in der Kurve ein paar Mal probieren. Dann machen wir es gleich. Und dann schauen wir sich die Reifenkante an. Also jeder Reifen stellt sich auf. Das ist normale Physik, wenn man beschleunigt oder bremst. Vor allem bremsen. Oh Mann, das rasselt schon richtig. Da muss ich jetzt echt... Ja, die Duke wird wieder auf Eis gelegt für eine Woche. Aber gut, so ist es. Hoffentlich ist es wenigstens die Einlassnockenwelle und nicht die Auslaß. Weil die habe ich ja gerade erst gemacht. Falls ihr das nicht versteht, was ich gerade sage, schaut euch das Video an, was ich euch hier verlinke. Dann wisst ihr Bescheid. Oder ich verlinke euch gleich beide Videos. Ja, genau. Schau mal, wie sich das anfühlt, wenn man jetzt bremst. Okay. Wie gesagt, der stellt sich ein bisschen auf. Und man kann ihm natürlich Nachdruck geben und weiterbremsen. Das ist eben, was man macht, wenn man eine Kurve schöner anbremst, als im Racing-Modus. Aber das ist echt moderat, die Aufstelltendenz. Also das fühlt sich echt stabil an. So, ich werde jetzt in der nächsten Rechtskurve mal probieren, aufs Knie zu fahren. Ich glaube, ich werde es noch nicht ganz gut hinbekommen. Weil erstens sind meine Kniebacke extrem dünn schon, also abgefahren. Und zweitens war ich vorher noch nicht am Knie. Und naja, es ist sachte, sachte. Fangen wir mal auf hässlich. Es fühlt sich so schräg an und ich bin schon so oben gesessen, aber ich war nicht am Knie gerade. Das ist interessant. Es ist immer so im Frühling, es ist ganz komisch. Und im Sommer fährt man so schräg, dass man das Knie nicht mal wirklich ganz gut ausstreckt. Oder sich nicht mal so weit raussetzt. Aber gut, anderes Thema. Wir schauen uns jetzt an, ob die Flanke unten ist. Ich bin echt gespannt. Und vom Gefühl her, denke ich mir, müsste er eigentlich ziemlich draußen sein. Weil ich glaube, dass der Reif noch besser auf Flanke geht als 150er, als so manch anderer 150er. Ja, cancel. 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 Say a command. Cancel. 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 Schauen wir mal. Okay, vorne haben wir ihn links schon mal ziemlich weit rausgefahren, aber nur so ein paar Mal. Rechts ist er vorne auf Kante. Digger was. Aber links noch nicht so ganz. Okay, interessant. 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 Und hinten. Ja, moin. Hinten ist er da am TWI. Da wo TWI steht, das ist der Streifen. Ist er auch schon angefahren worden. Aber nicht oft. Also da sieht man so ein paar Abreibungssprungen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der GoPro ganz gut sieht. Aber ich glaube, ihr wisst ihr, wie das ist. Aber der ganze Rosso Streifen ist auf jeden Fall schon angefahren. Und links ist er ziemlich auf Kante. Nice. Okay, also das fühlt sich gut an. Weil das coole ist, wenn mir das zu früh ist, kann ich dem jetzt einfach mehr Luftdruck geben. Dann wird die Reifenform steiler. Ob das jetzt viel Unterschied macht, weiß ich nicht. Ob es sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Weil vielleicht ist es besser, wenn man mit ein bisschen weniger Druck fährt und nicht mit 3 bar. Viele sind da sehr pingelig. Und ich werde das auch sehr oft gefragt. Ja Roman, welche Reifen sind die besten für die Duke? Was ist dein Reifendruck? Und ich habe gesagt, Digga, ich kontrolliere meinen Reifendruck alle 5 Monate einmal. Ich merke keinen Unterschied, nachdem ich es nachfühle. Oder nichts Aufregendes. Und deswegen bin ich kein guter Ansprechpartner, was das angeht. Weil ich nie so große Unterschiede bemerkt habe. Entweder ich bin ein Vollidiot. Oder ich weiß nicht. Oder es macht keinen großen Unterschied in Wirklichkeit. Ich merke es jedenfalls nicht so krass. Das fühlt sich auf jeden Fall schön an. Ich würde sagen, jetzt ballern wir das Ding noch ein bisschen. Aber sieht ihr, der hat jetzt kein einziges Mal Zeichen von Rutschen gemacht oder so. Nur so Einfahrsachen, weil er ist ja noch nicht ganz auf Kante. Also fühlt sich stabil an. Macht Spaß. Fahrverhalten macht freundene Kurve. Schräg anbremsen geht auch ganz toll. Wie das jetzt mit Nässe ist. Ich habe mich nie informiert, wie gut dieser Reifen auf Nässe ausgelegt ist. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Und ja, wir probieren jetzt noch ein bisschen. Dann können wir nochmal Temperatur messen. Und falls ihr euch wundert, die meisten kennen die Strecke eh gut. Die meisten Zuschauer da eigentlich alle. Aber ich fahre jetzt nur hier ein bisschen, weil ich es eben gut kenne. Weil es einfach Asphalt gibt. Ziel ist es jetzt aber nicht, hier so viele Videos machen zu heuer. Genauso wie drüben. Haben wir eben im letzten Video schon wieder Stress bekommen für gar nichts. Und wir wollen ein bisschen eine andere Strecken. Erkunden heuer. Haha. Da hat man das Knie angesetzt und Pullis hier. Komplette Tour. Alles klar. Die machen gerade Fahrtraining oder was? Okay. Oder was? Was ist hier denn los? Aber jetzt fühle ich mich mit den Reifen schon ziemlich wohl. Jetzt habe ich das Knie leicht angestriffen. Sehr schön. Also es wird langsam. Aber es war jetzt auch wieder auf Krampf. Das war jetzt nicht schönes Knie fahren. Sondern halt so krampf. Ein bisschen verwurschtelt am Bike. Das ist auch immer eine gute Kurve. Weil hier muss man schräg anbremsen und den Wechsel machen nach rechts. Wenn man halt schnell fährt. Auch harte Geschichte sag ich mal im Sinne von. Da merkt man, wie gut ein Reifen sich verhält. Das ist alles, was mich vor allem interessiert. Vor allem. Und ich werde da kurz umdrehen. Weil es öffentliche Straßen umdrehen ist immer so eine Sache. Aber hier sieht man es sehr weit. Und bei mir ist das ein Handgriff hier. Und wir wollen da eben im Wald bleiben. Einmal das. Andererseits. Uff. Bodenwelle. Andererseits stark bremsen. Schräggack ist immer so eine Sache. Weil da. Wow. Jetzt war es ein bisschen kippelig. Aber ich glaube es ist auch, weil wir die Kante einfach noch nicht so ausgefahren haben. Jetzt hat er gerade kurz krippeln bekommen. Das war gerade kritisch. Äh. Ja. Weil wenn du schräg bremst. Da fängst du an das volle Potenzial auszuschöpfen. Und das ist auch ziemlich gefährlich. Also da muss man echt vorsichtig sein. Aber es sagt halt viel über den Reifen. Ja. Ja. Sie sehen, das war jetzt ein bisschen wackelig. Einerseits werde ich das Verhalten noch nicht so gut kennen. Und andererseits werde ich noch nicht so gut eingefahren. Mit dem Knee Down und so. Es ist eh. Ja. Notwendig ist es nicht. Aber es macht halt schon Spaß. Was ihr halt auch wissen müsst ist. Ich fahre die Reifen auf den 150er. Bis jetzt bin ich sie nie wirklich auf Kante gefahren. Es ging manchmal im Sommer so irgendwie. Wenn wir wirklich auf der Fußrast unterwegs waren. Weil die halt eben sehr steil sind meistens. Aber dieser 150er ist eben etwas flacher. Das definitiv. Ist zwar vor dem Aufziehen extrem krass. Das hat nichts mit dem Aufziehen zu tun. Aber der hat dann tatsächlich, wenn er aufgezogen ist, doch auch eine flache Flanke. Und das merkt man definitiv auch. Weil meine Reifen gehen immer nur auf Kante, wenn ich schon auf der Fußraste bin. Und ich mir so, ey. Also für die Duke, für meine Duke ist das sehr schräg. Sag ich wie es ist. Ich glaube das sind so 50 Grad oder so. Und ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck wie sich die Wahrnehmung über den Wind, der ändert vom Schrägfahren. Das ist krank. Ja, jetzt war ich auch wieder unten im Knie. Ich weiss nicht warum man es gerade nicht gehört hat. Ich glaube es war der Stoff. Deswegen. Ich muss die Kniepancel glaube ich um tun. Das ist das Ding. Die können wir da rauf. Zumindest rechts. Der Stoff hat leicht geschliffen. So ist es. Jetzt werden wir dann aber Reifentemperatur messen auf jeden Fall. Okay. Machen wir das mal. Also. Ja, vorne ist er auf Kante im Prinzip. Hinten. Ja, so einen Millimeter hat er noch. Aber das ist halt, wie ich gerade gesagt habe. Einfach wo man, da muss man schon einige Meter fahren. Aber schau, diese Zacke hier verabschiedet sich langsam. Das ist schon mal sehr schön. Und alles mal ein Anfang möchte ich sagen. Direkt hier wie der Polizist die Pistole. 31 Grad. Okay, also dazu 30 Grad. Und im Sommer sind es vielleicht 10 Grad mehr. Ist das lustiger. Ja. Da 24 bis 30. Weil es einfach, wie soll ich sagen. Hallo. Weil es einfach vom lauernder Rennradfahrer. So fühle ich das. Ähm. Also Temperatur mit dem Reifen. Gerade bei so kleineren Bikes. Den großen kann ich nicht wirklich mitreden. Bin ich nie gefahren. 600er halt. Die R6. Aber bei der Duke. Sage ich euch. Es hat 4 Grad auf der Straße. Und die Reifen haben 30. Und die werden warm. Oder halt auch nicht krass heiß. Und das ist alles was der Reifen braucht. Das reicht für den komplett. Was man hier auch sieht. Was ich beim Aufziehen bemerkt habe. Ist er hat hier eine starke Flanke. Also er kommt hier sehr stark raus. Was ihn ein bisschen breiter macht. Das natürlich viele feiern sicher. Weil es geil klingt. Äh geil klingt. Geil ausschaut. Geil klingt. Und der Auspuff. Auspuff von Karapowiczko. Ähm. Und ja. Wie gesagt. Wir haben hier noch einen Millimeter rechts. Jetzt sage ich das schon zum 4. Mal. Aber der ist noch nicht gescheit abgefahren. Deswegen werde ich das Ding jetzt ein bisschen pressen. Da mache ich ein Fazit dazu. Boah. Kupplung ohne. Duke ohne Kupplungsschalten. Fähig. 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 Okay, also, Fazit zum Einfahren, weil man muss den Reifen natürlich in vielen Situationen kennenlernen, damit man wirklich was dazu sagen kann, es ist ja jetzt nicht das Erxel-Hypersport-Modell von Pirelli, aber doch ein sehr sportlicher Reifen, ich bin den schon auf der R6 mal gefahren, ziemlich krass, da hat das Org Bock gemacht, das Video verlinke ich euch auch da oben. Man kann jetzt, oh, jetzt rutscht es in der Mittellinie, man kann das natürlich nur, ich muss da nochmal kurz drücken, da möchte ich nicht reden. Okay, man kann natürlich, man muss die Situation alle kennenlernen, ein bisschen durchprobieren, also vielleicht mache ich ein zweites Video zum Reifen, keine Ahnung, schauen wir mal, schauen wir mal, ob die Duke noch länger hält, ich hoffe. Und ja, das ist der Pirelli, macht Freude, lenkt sich schön ein, stellt sich nicht so krass auf beim Schrägbremsen, also sehr brav, schaut gut aus, geht relativ schnell auf Kante, das ist auch schön, das kann man sich ein bisschen anpassen mit dem Reifendruck. Und er fühlt sich gut an, er war relativ schnell eingefahren jetzt, er wehrt sich aber beim Einfahren, also die erste Rennschicht war hartnäckig, bist du deppert, aber egal, die ist dann runter. Und ja, das ist der Pirelli, super, Diablo Rosso 3, nix super, Korsa, Diablo Rosso 3. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da, freue ich mich, abonniert es auch gern, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, ich mache immer wieder Testfahrtvideos zu verschiedenen Bikes, wo ich einfach meinen Senf dazugebe. Und ja, ich hoffe wir sehen uns die Saison, ich hoffe die Duke wird jetzt stabil, weil ich muss mir das nochmal anschauen, was der Rambazama macht im Motor, das ist gar nicht gut. Und ja, dann sehen wir uns demnächst bei einem weiteren Video. Bis bald, macht es gut. Ich bin schon wieder im Videomodus, das ist schon wieder krass.